Aber, ähm, es ist ja so, ich gebe dir mal ein simples Beispiel, das ist ja auch nicht böse gemeint, falls da irgendjemand aus der Abteilung dazuhört, äh, Eistee, Lippeneistee, trinke ich extremst gerne, trinke ich immer in meinem Stream, warum sollten die mir in irgendeiner Art und Weise mit mir kooperieren wollen, ich mache es ja sowieso die ganze Zeit für umsonst, und so ist es mit Monte auch, ich bin, äh, weißt du, wie oft ich in Storys markiert werde, oh, ich gönne mir jetzt einen Monte, und dann sehe ich den Pudding da, äh, äh, äh.